zoom 15 41 und wie ich darüber 40 spuren auf einer diskette beschreibe das ist unser heutiges thema ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem sinne ein herzliches hallo ihr seht mich jetzt ja wieder nicht wie ihr seht sondern einfach nur hier mein arbeitstisch ich zeige mal eben kurz in die kamera das zoom 15 41 nochmal danke aris dass du mir das zukommen lassen hast damit habe ich mittlerweile sehr viel spaß ja genau also ich habe konstruktive kritik bekommen ich habe euch im letzten video gezeigt wie man hier mit dem ultimate 2 plus zum beispiel lykia das ja auf 40 spuren geschrieben werden möchte das auf eine diskette damit verfrachten kann und einige haben gesagt ja das ultimate 2 plus gibt es momentan nicht ich habe es nicht gibt es vielleicht noch eine andere alternative ja dann habe ich mir überlegt was hast du denn noch da an möglichkeiten um auch damit lykia auf die diskette zu ballern und da habe ich ja jetzt das zoom und habe ein bisschen rumexperimentiert der liebe el chiron hat sich mit mir die halbe nacht um die ohren geschlagen tatsächlich wir waren bis ein uhr morgens waren wir am vortag noch dran haben ein bisschen herumexperimentiert es gibt kein 100 prozent verlässlichkeit dass das immer funktioniert das schon mal vorweg aber in den meisten fällen funktioniert wir hatten gestern schon beim ersten versuch von lykia den prolog auch jeder muss 40 spuren muss der auf die diskette beschrieben werden den haben ja zum laufen gekriegt ich habe den kompletten prolog dann auch mit el chiron gestern durchgespielt mit den mit und auch den abspann geschaut also deshalb war erfolgreich dann habe ich heute zwei versuche gebraucht um die disk eins von lykia in der version 1.4 auf diskette zu kriegen beim zweiten mal hat es geklappt und das spiel ist gestartet und um auch im spiel natürlich ja also ins spiel selbst reinzukommen brauchen wir noch die disk zwei die verlangt er dann wenn wir nur game anklicken und für diese disk habe ich leider drei anläufe gebraucht wobei ich zwischenzeitlich auch die disketten gewechselt habe weil ich habe hier so welche von jvc gehabt die sind eigentlich sehr verlässlich da habe ich keine probleme mit gehabt aber da wollte der irgendwie nicht dann bin ich auf bsf umgesprungen und dann ging es auf anhieb ich weiß nicht ob das jetzt einfach zufall war oder ob es an den disketten liegt das müsst ihr selbst herausfinden ich glaube das ganze ist mit dem zoom 15 41 irgendwie ein bisschen buggy aber das ist jetzt nur meine persönliche vermutung okay also die echte 15 41 habe ich jetzt hier die läuft auch schon dies angeschlossen über dieses serielle kabel an der zoom und von der zoom kommen wir mit einem usb kabel an den laptop ihr seht jetzt hier einmal das opencbm da können wir zum beispiel über einen befehl ich klicke den mal rechtsklick rein können wir 40 tracks dann formatieren ich lege eben die diskette ein hier ist die bsf diskette von der ich gesprochen habe das lassen wir mal ablaufen drücken dann enter auf dem laptop und sie fängt dann an zu formatieren die 15 41 ist allgemein ziemlich spannend für mich vor allem dass ich da jetzt geschafft habe die barriere zu überbrechen dann doch mal den pc an an die commodore geräte mit dran zu hängen das war vorher für mich so eine sache die wollte ich eigentlich nie machen aber jetzt finde ich es doch mal ganz spannend okay das endergebnis kriegen wir jetzt hier angezeigt wir kriegen alle also er hat alle 40 spuren jetzt hier einmal formatiert und dass das ganze auch funktioniert hat gibt es hier so ein verify und da steht dann okay und hier sieht man auch mit welcher geschwindigkeit das ganze gemacht hat und 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 jetzt interessiert uns eigentlich das nächste programm das ist es cbm transfer okay und hier habe ich soweit alles schon mal wie soll ich sagen schon mal hier ausgerüstet ich hoffe das passt auf der linken seite sehen wir die disk images die wir halt auf dem laptop haben und auf der rechten seite ist dann die directory von der diskette die stimmt jetzt halt momentan nicht ich lasse die noch mal einladen da müsst ihr jetzt genau da ist jetzt nichts drin oben 40 tracks so heißt halt jetzt die diskette und ja genau und dann zeige ich euch noch eine einstellung die man machen muss und zwar unten bei nip tools müssen wir hier den haken auf track range machen 1 bis 40 damit er auch bis 40 schreibt und dann müssen wir noch mal schauen ich muss das eben suchen wo das ist x cable ist das genau und hier müssen wir also hier habe ich es jetzt auf auto es kann sein dass es auch damit zusammenhängt ich habe im internet gelesen dass das so ein bug ist oder ja dass der das so ein bisschen random hier sein kann dass der hier random auswählt mit welchem kabel das laufwerk angeschlossen ist und je nachdem wenn er da halt das falsche auswählt dass das dann halt probleme macht beim beschreiben der diskette ich weiß es nicht es heißt einmal man soll es auf serie 1 stellen oder auf serie 2 ich habe ich lasse es jetzt einfach mal auf auto wie gesagt es hat dann nach zwei versuchen hat es dann funktioniert könnt ihr euch ja selbst mal einlesen und ja okay da haben wir das nächste diese beiden einstellungen die für uns wichtig sind und jetzt kopieren wir ja genau das will er jetzt nicht machen weil ich muss das alles hier nochmal neu einwählen meine spiele so das ist immer ein bisschen umständlich ich mag das gar nicht genau jetzt hat das hier jetzt müsste das haben genau jetzt können wir hier die disk 1 auswählen gehen mit dem pfeil rüber dann fragt er uns okay und jetzt sehen wir hier das ganze kann eine ganz schöne zeit lang dauern bis er das da drauf geschrieben hat das ist halt einfach so und danach könnt ihr es ja mal testen wenn es nicht funktioniert dann würde ich sagen formatiert mal die diskette drei vier mal so wie es euch eben gezeigt habe in folge und dass die ja ich sag mal dass diese 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 schicht die auf der diskette drauf ist dass die einmal reanimiert ist weil ich es ist ja ein bisschen eine diskette die ein bisschen länger unbenutzt rumgelegen hatte ich weiß es nicht ich habe das jetzt mal so gemacht vorsichtshalber und dann probiert halt noch mal und genau also was ich jetzt euch nicht liefern kann weil ich mit dem pc mit windows und so eigentlich nichts am hut habe ich kann euch jetzt kein video liefern wie richte ich das zoom 15 41 ein so dass es dann bei euch läuft das werde ich nicht machen das wäre auch unehrlich das müsste ich mir hier alles auf einen auf notizen machen und dann quasi ablesen dass ich weiß das auch gar nicht mehr auswendig was wir da genau gemacht haben da haben mir verschiedene leute geholfen aus meiner community bis das geklappt hat bin ich auch sehr dankbar für wir haben eigentlich eine echt tolle community und da kann ich euch eigentlich nur verweisen auf den discord kanal in der video beschreibung findet ihren link ansonsten schreibt ihr mich noch mal an meine kontaktdaten findet ihr eigentlich auch in der video beschreiben oder in der infobox von youtube geht ihr bei der rechts rüber da müsste so eine infobox sein oder so irgendwas mit kanal beschreibung oder so und da findet ihr auch kontaktdaten und dann helfe ich euch dann noch mal aber wir haben ganz tolle leute ich sage so ich sage immer dazu das ist meine technik abteilung die ist bei uns auf discord und da kriegt ihr mit sicherheit geholfen und ja wer ist jetzt hier schon bei 98 prozent geht ganz schön schnell ist doch ein bisschen schneller jetzt okay und genau also mit dem zoom 15 41 setzt euch mal auseinander ist ganz spannendes thema damit geht das auch ich habe damit erfolgreich den prolog zum laufen gekriegt und habe das dann natürlich hier auf dem tuning board getestet und auch auf einem original c64 den ich hatte läuft ich habe nicht nur den prolog ich habe auch das vollwertige spiel in der version 1.4 getestet mit disk 1 und disk 2 hat funktioniert also das geht vielleicht müsst ihr paar anläufe braucht ihr dann vielleicht für aber es wird funktionieren ich hoffe das ist ein schönes ergänzendes video für euch und mal gucken vielleicht finde ich noch ein gerät mit dem ich 40 spuren auf der diskette beschreiben kann und dann kommt dann auch noch mal eins nach also macht's gut daumen hoch nicht vergessen leute wir sehen uns ciao